Nächste gehen wir nach der Selbstbriefung, dass wir uns selbst prüfen können, wer wir sind. Daher denken wir, dass wir wirklich selbst zufrieden sind, dass wir uns selbst prüfen können und dass wir uns selbst prüfen können. Wenn wir klar haben, dass wir uns selbst prüfen können, dass wir uns selbst prüfen können, dass wir uns selbst prüfen können. Daher haben wir uns von Epheser Kapitel Feuer, um Angst zu nehmen und dass wir uns hier klar machen. Hier sagt es, so ermahnen euch, ich Gefangener in dem Herrn. Wie weit das schreibt Paulus über Epheser dort? Aber ich würde von da gleich sagen, dass es für mich selbst ist, dass ich Gefangener in dem Herrn. Oh, was ist ich Gefangener in dem Herrn? Ich würde eine kleine Ausleitung über das sagen, was ich von mir brauchen würde. Und ich kann dazu brauchen, dass ich nicht fehlen würde. Aber ich glaube, Paulus meint hier, dass wir uns in der römischen Regierung gefangen genommen haben, dass ich keine Predigung und so etwas wollte. Und für mich von da, und ich verstehe die Phasen, das steht, dass ich viel Gefangener in dem Herrn, das ist eine Aufgabe, die er mir zu berufen hat, zu tunen. Wenn es mich trifft, dass er zu tunen, dann bin ich viel Gefangener in dem Herrn. Wenn ich fleischlich denke, dann mag ich diese Gefangenschaft besser, als wenn ich gestern denke. Ich würde gleich in das zu tunen, ob einer fehlt, der einmal ja wird an einem, was Gott einem gegegeben hat. Und dass ich dort bin und woanders bin, das sind Gefangener im Herrn. So sieht das geboren hat, so sieht das hier zu der Beraubung, wo du auch beraubt hast. Hier werde ich bloß ein Licht abdagen lassen, dass wenn du wirklich eine Beraubung klar hast, wo du Gott beraubt behaft hast. Und vielleicht wirst du diese Dinge, ich rede nun von ein Seilsrauer sein, oder von ein Prediger sein, oder von Zetanwieser sein, oder irgend so, wo es dort steht, ich rede nun davon, ein ganze Ding, was Gott did, diese ganze Prophezeiung, was er did, diese Erradung, Heilung, und all diese Dinge, dass du eine besondere Beraubung hast, wo wir rein alle Beraubung sind. Und das soll so sein, dass sich das geboren hat, so sich das geheren hat, so ist Gott das geplant hat. So soll unsere Beraubung wieder sein. Und das ist eine ganz gute, eine ganz wertvolle, eine ganz besondere Beraubung, was Gott hier hat, als für uns zu tunen. Und was ist das? Das ist das Himmelwerk. Das ist nicht das Erdwerk hier, das ist das Himmelwerk, was er uns beraubt hat. Gott, sein Plan, auf diese Ede, hat er uns ein Charpeier hier, was er durch diese Ede soll leben, aber wir sind eine besondere Beraubung, und dass wir diese Dinge klar haben, dass wir an dem Herrn gefangen sind, in diese Beraubung, was er hat, als ein eigenes Leben vor uns. Dort sind wir beraubt. Und dass wir das klar haben, dass wir das Leben hier auf diese Ede, diese Beraubung enthalten haben. Und wenn wir diese Beraubung nicht in uns klar haben, dann ist das sehr schwer, als ein Seilzäuer für uns selbst, und auch für andere zu sein, wenn wir hart haben, dass wir uns hier viel leben, uns natürliche Leben, so draug, dass wir nicht können, diese feilige Beraubung, was Gott uns da hat, nicht wirklich können begrippen, nicht können verstehen. Und dann sage ich in der 2. Versch, Mit aller Däumt und Sanftmüt, mit Geduld und Vertraget einer den anderen in der Liebe. Das ist ein kleines Paket, kann ich sagen, was Paul hier hat geschrieben, was all diese Dinge sehr klar erklärt hat. Wir dürfen das Wort Däumt nehmen, weil wir diese Beraubung, was Gott für uns hat, was ganz besonders ist, was ganz wertvoll ist, wenn wir Däumt nicht annehmen, dann sind wir nicht Däumtig. Wir brauchen diese Töerchanen anzunehmen, dass das ein Geschenk ist, was Gott uns geben, dass durch Jesus Christus in der Prophezeiung, was er geeft hat, dass der Heilung ist, dass der Erratung ist, dass der Licht ist. Und dass wir das einfach bloß ganz Däumtig annehmen, und stahlen uns in Däuleu nehmen, wo Gott ins Hand stahlen hat, ganz sohnfmütig und geduldig. Dann sagt er, ein Vertrag ist und ein anderer eine Leib. Weil wenn diese Dinge nicht sind, dann schau wir uns allmählich verdrehen, dass wo all diese Probleme entstehen, dass wo dann wie viel Städte negativ sind, wenn sie nicht an dieser Däumt sind. Und das Wort Däumt wird gleich in Klienbeizung erklärt, von meinen eigenen Beläfnissen, wo ich das Finger da an mir, von derischen Däume haben, dass ich mich klar habe, dass ich an dem Level sehe, wo Gott mich zu berufen hat. Wenn ich nicht an dem Level gehe, wo Gott mich zu berufen hat, wie er hat manchmal so, wer sagt das, Johannes oder Petrus, glaube ich, er sagt, was alle meine Jünger tun? Jesus sagt, was er tun soll, was soll er dich tun? Und so sind wir Menschen, dass wir manchmal checken an anderen, ja, wo er mal recht ist, was er tun? Ich weiß, dann sagt er, jung wie er, dann dachte ich immer so, ich würde gleich, wenn andere mal noch mich kommen hat, betanen, dass ich nicht einmal muss. Aber es scheint so, dann sagt er, wenn ich beteut werde, wir rennen immer alle an meine Schuld. Ich muss einmal auf das Letzte gehen, einmal das Erste in das Letzte, das muss ich. Als ich erst beteut werde, dann würde mal andere Jüngers kommen, um mich aufprachen, aber dann muss ich weiter, noch die Jüngers kommen aufprachen. Dann dachte ich so, wenn ich befreit würde sein, dann würde meine Frühwärtsmull von mich aufprachen, aber das schafft doch, wo ich mich zwar einmal ist, schon in Aar. Dann dachte ich, wenn ich würde alle sein, dann würde die Jünger kommen, weißt du, das hat niemals ab. Gott hat mich berupt, um im Himmel recht zu sein. Und das war das Kast, um die Ritz zu gehen. Erste Korinther, 1 Vers 8, hier sage ich, wie wird das Seilig sein, anz es die Ritz in Gotteskraft. Von der ersten Tag sehe ich so dankbar, dass die Ritz geeft. Und ich sage, dass ich dankbar, dass ich kaum um die Ritz geeft habe. Und ich sage, dankbar, dass ich kaum aufprachen, dass es für die Freien handeln. Wenn es da mal war ich frei, da mal sie ich frei. Und das ist nicht damit, was wir brauchen, dass wir an dem Level sind, wo Gott uns geplant hat. Hier habe ich ein Bild, was ich Ihnen bitte erklären. Da sage ich in Reimer, Kapitel 12, Vers 3, da redet es von, wir sollen nicht zu hoch von uns holen, wir sollen nicht zu leicht von uns holen, sondern mäßig. Wir sollen uns nur recht im Mut holen. Und hier habe ich ein Klinbeet abgeteckt, ein Bild gemeldet, was ich Ihnen will wissen. Zum Beispiel, das Umge hier, das ist das, was ich vielmals sehe. Ich sehe sehr vielmals, da ungen, und ich habe, wo, wo ich das merken. Wo, wo ich das gerne doden. Und, und das kann sein, in der Seelzorger arbeiten. Ich will Ihnen das Beispiel merken, weil die anlegt, du hast, wer, wem du Hilfe hält. Du hast, wer, wer je bogen ist. Wat da ist du? Du gehst, auf die Schnee, am Stuhl, und legst deine Elbe aus, dann ab, und prachtest Gott, wees mir, wo ich das doden habe. Zei mir, wo ich das doden soll. Und, das ist auch Gott. Aber, weißt du, wie in Freilands, da mache ich so leid, siehe ich dich, kann ich das. Als dann weiß ich, wo mache ich das? Ich, siehe mir, was soll ich tun. Das ist, wo ich vielmals sehe. Und, und ich will auch nicht sagen, dass wir niemals vor Ort sind, aber einerlei will ich sagen, wenn wir, wenn wir da so auf die Schnee legen, dann werden wir erst einmal freu, und wird das auch berupt. Was ist unsere Beruptung? Dass wir an das denken, und es steht, dass wir an dem Problem noch checken. Hier ist das Positive, und das Negative. Wenn wir negativ denken, dann legen wir da auf die Schnee, und die Rebele über gar nicht in seine Schwierigkeiten, und die Rebele über dem seine große Sünden, und die Rebele über Worte alle tun haben, und die Rebele über was eigentlich alle tun haben, dass er mal so andere in der Zeit nicht. Und dann habe ich dem Klampen da, und checken da hin, und das, wo wir so feilen, das ist ganz allmählich. Das habe ich niemals erregen. Das wird uns macht, auf die Schnee liegen, und prachen. Und was ich bloß will abwarten, und das ist nicht, dass das arg, ich verstehe mich nicht so, aber ich will bloß abwarten, wo das wird kohd sein, weil die erste Mal gott Frauen, das, und das ist nicht so, das wird kohd sein, und das wird kohd sein, und das ist der Teufel, die sagt, das himmelreich ist nahe herbegekommen. Das himmelreich ist ganz dicht bei, gerade dort selbst je kann auch tun. Ich kann gehen und sagen, ja, mein Schick mal, weißt du was, du brauchst doch gleich bei uns an, das himmelreich ist ganz dicht bei, das gerade hier zu diesem Moment zu haben. Das ist, wenn wir leer sind, weißt du, dann gehen wir hier, noch ein Pfizer-Fahrer, ein paar zwei, wo das sagt, diese Beroepung, und das ist ganz gut, dann go wie du haben, nach der nächste, wir sollen nicht die hoog holen, und dort ist, wann du bist, gewaarst, und du hast die selten die Ratses, dass er sei, das Matthäus 8 hier, was ist dann, oh ja, nee, Gott, das schaff, kräg, nächstes Mal, was willst du das tun? Dann wird es schaffen. Weißt du was, dann hast du hier in das hooger Level, und das ist nicht immer, so ist das. Dann war er neidig, dass die Ralfjäs hier haben, woher Gott die Beroepung hat. Lord Gott, die ding doan, du du das nicht allah, und das kommt er auf an. Das ist ein Ding, wo ich immer ware und ware mit an denken. Mir hat sich das so schön, weil er selbst immer einmal sagt, ich habe Licht gefangen, aber wo war? Wenn ich, dass ich bei dir warst? Oder da waren, wenn ich habe Licht gefangen. Und hier ist ein wichtig Ding, wo ich mich fing, dass wir wirklich in der Beroepung bleiben, an dieser Däumet und dass wir dort werden erleben. Dann sagt es, sie flietig zu holen, die Einigkeit in diesem Jetzt. Das Jetzt, diese Einheit mit Gottes Jetzt, da soll wir flietig bleiben, dich zu holen, wenn es dort ist ein Band von der vollkommene Frieden. Das Jetzt, wenn wir dort werden sind, die Einigkeit mit dem haben. Und weißt du was? Die seltsche Jetzt mag mich eigentlich mit dem Nächsten. Dort ist die seltsche Jetzt, was Frieden wirken hat. Dort ist die seltsche Jetzt, was ich klar habe, dort wollen fleischlich essen, wollen gestlich essen. Das Jetzt oben war mir dort. Und wenn ich dort kann sein, dort das Port, was hier fleischlich passiert ist, an der Person oder an mir, dort ist dort von meinem Fleischchen, wo Gott schon gefallene Haft, dann kann ich dort durch einen Blower schicken. So ist ein Kammbein das. Die nimmt das Strohenschmied und schraut das Fiend, dass die Träger in die Binnen. So können wir und diese Einigkeit sein. Und dort ist, was in Falle Frieden wricht. Und dort ist, dort, wo wir nur Secken daunen, und es andere Menschen, die diesen Frieden können. Daim, das ist ein Grote Port, das ist ein Grote Port, am, dass wir diesen Jahr sein können. Und ein Loch, wo wir da oben sind, wo wir bloß Gott danken daunen, weil wir selber Gott danken, versteht mich nicht so, wo wir uns geraut fallen, Gott hier nehmen, dass wir hakennt den Menschen, aber wir sind da ungen, wie weit nicht, wo wir das selbst nicht wirksam wird. Und das bringt auch nicht Frieden. So, das ist ein Ding, was mir wichtig ist, dass wir wirklich diesen Level angehen. Noch einmal, dass wir nicht Klimatoller persönlich verteilen, wenn wir etwas helfen, dass du dich auch verhältst, dass du in Gottes schon passt. Du brauchst dich dafür zu holen, dass du wirklich kost. Macht Gott seine kraft dort hangehen. Die Menschen, die verhältst, dass Gott seine kraft ist groß genug, dass er den sind zu rade kann, weil das nicht kost. So, wir brauchen uns als ein Seilsreiter zu holen für das, was wir sind. Ich sage, manchmal, wenn ich in Entweibel gehe mit jemand reden, und sage, weits wort, ich habe das schon angelehnt, ich soll, ich komme sein, dass es dieses ist, wenn es seltsam ist, wie viel halb so ein Mensch steht dort. Das ist letztlich, dass er in der Zeit die lange liegen, die kämpft, was da nicht kommen. Wenn du nicht das gehörst, was die das erste Mal gemacht, was nicht sein. So wie Brücke endlich klar hat, wenn die sind noch rot Frauen, dass du dann auch was hast den beiden . Was? Die Wahrheit. Wenn das wird, weißt du, was Gott sagt, dann kannst du ihm das do leiden. Nichts bloß dort, du musst wirklich vertrauen auf Gottes Jeist. Dat in dem Moment, was die was gefragt wird, wird Gott die Dinge openbaren. Das ist, viel passiert. Das ist, was Gott bei sie schaffen. Da las bloß die Schrift und die Trubel nicht leren, da ist ein opened hart hart von Gott sind juist. Und da kommen so eine dinge rüut, was wirklich eine helpe ist. Und das shall wir nicht tunen, weil wir leid von uns, das shall wir nicht tunen, weil wir von uns. das haben.